Hallo und herzlich willkommen zu, zu Assassin's Creed Syndicate. Mir ist hier gerade irgendwas passiert. Und deshalb habe ich nochmal das Ganze hier angemacht. So, äh. Na? Ne, gibt's hier nichts. Gut, gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hin. Ach, weh, weh, weh. Nein, ich möchte vom Zug runter. Ich würde sagen, die Mission machen wir noch. Heute. Denn ich habe sie gerade irgendwie angefangen. Und ich weiß nicht warum. Und wieso. Und wie ich es hinbekommen habe. Naja. Ich werde sie auch irgendwie... ...schaffen. Boah, das Vorschaubild ruckelt aber gewaltig. Das kann nicht wahr sein. Naja, ich habe auch... ...CPU-Ausrüstung von... ...60%. ...is schon heftig. Also... ...das Spiel verlangt so einiges. Wie man sehen kann. Jetzt sind es 70 sogar gewesen. Hm. Also da war das... ...das Unity noch um einiges, äh... ...barmherziger mit der CPU. Aber ich weiß auch nicht, was das... ...ja, das Unity... Hm. Rüber mit uns. Und weiter. Aber man kann hier ganz schön schnell, äh... ...decken, zurücklegen. Agnes, sei vorsichtig. Du wirst von einer Bande gesucht. Ah, ist nicht wahr. Mir ist nur ein bekloppter Kerl auf den Fersen. Ganz sicher? Sicherer geht nicht. Da ist er. Der Gauner. Du wirst es noch bereuen, wenn ich da rüberkomme. Was war das? Habt ihr das gehört? Hm? Was war das? Lauf nicht vor mir da vorne. Hier gibt's nichts für dich zu holen, außer eine Abreibung. Verstecken sie sich vor jemandem. Du machst mich wütend. Und wenn ich wütend bin, mach ich schlimme Sachen. Pass auf, wo du hinläufst. Oh, tut mir leid, Miss. Für dich, Miss, ist du Halbaffer. Oh. Na? Der Typ ist aber auch wirklich auffällig, unauffällig, ne? Sie ist ein bisschen alt für Eidensie, nicht wahr? Was macht sie denn? Du hast alle Dinge in diesen Tagen. Du blöder Schwachkopf. Verzeihung, diese Frau ist in einer bedeutenden Gang. Welche Gang soll das sein? Ich glaub, sie ist denn im Zug. Klingt nach den Bastards, die K-Lock besiegt haben. Alarmiert die Leute auf den Dächern. Die schalten wir aus. Ach, näh, ne? Da ist sie ja. Die da, die von diesem Vollidioten verfolgt wird. Da ist sie! Erledigt sie! Ab, hoch mit dir! Ähm, Messer. Boah! Ernsthaft? Das müssen wir irgendwie anders hinbekommen. Mal gucken. Ich hab gerade gelesen, ein dreiköpfiger Affe. Ja, ja. Gut. Alle Scharfschützen per Luftabitat. Bring ihn doch einfach um. So. Ernst? Also, ich muss das irgendwie anders machen. Hm. Ich müsste, glaub ich, vorlaufen. Aber ich weiß ja nicht, wo die hinläuft. Wie muss ich das jetzt machen? Also, laufen. Hoch mit dir. Besser. Ignoriert diesen Trottel, der ihr folgt. Wir wollen nur sie. So. Wir schlägst mir in anderen Tonen an, wenn ich mit dir färfe. Hopp. Weiter. So. Wo gehst du hin? Ja. Ja. Agnes, ist alles in Ordnung, Liebes? Natürlich. Warum auch nicht? Dir ist eine ganze Gang auf den Fersen? Ach, das ist nur ein Idiot, der zu blöd ist, mir zu folgen. Nein, die sind gefährlich. Die planen einen Hinterhalt am Bahnhof. Sei doch nicht albern. Ich muss den Bahnhof vor Agnes erreichen. Das ist ja eigentlich einfach, ne? Ich muss nur den Bahnhof säubern. Ja. 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 Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ja. Oder auch nicht. Dann. Wie komm ich? Ah. So. Ich hab ihn erreicht. Gott im Himmel. Hab sie vor der Kimmel. Ich hab deine Lieder. Sie hat sich die Sicht gefreut. Ich hab dich bluten, hier in Stau. Mist. Ah. Du wirst uns keinen Helga mehr machen. So viel dazu. Und nun? Was wird aus dem Typen der Agnes verfolgt? Das war Knopf. Ich hab niemanden gesehen. Ich hab mir das gesehen. Ich hab mir das gesehen. Oh. 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 Mir! Boah, kannst du nicht einfach? Genau! Mehr Volt! Alles in Ordnung! Wer bist du? Äh, Nigel, Nigel Bumble! Warum folgst du uns? Ich will in ihre Gang! Ach, um Himmels Willen! Jetzt weiß er, wer wir sind! Na gut, Kleiner! Du kannst mir helfen, den Zug sauber zu machen, wenn du keine Angst vor Dreck hast! Ehrlich? Fantastisch! Sie werden es nicht bereuen! Will ich mal hoffen, ne? Hat er es nicht anders verdient! Okay! Ja! Du siehst hinreißend aus, Evie! Aha! Ah! Nigel braucht Hilfe! Es braucht Nigel Hilfe! Morgen, Miss! Was kann ich denn hier machen? Achso! Hier kann ich einfach darauf zugreifen! Gut! Ja! Wow! Einen mehr Betäubung und einen mehr Angriff! Hm! Hm! Hinrichtung! Schlechter! Leise! Beteiligung! Reduziert erlittenen Nahkampfschlag! Klingt doch ganz gut! Reduziert! Upgrades! Achso! Das war das! Und Ausrüstung! Hm! Da bräuchten wir mehr! Aufsässige... Zeigt... Zeigt ihre persönliche Note auf der Straße an ihrer Hüfte! Äh! Das ist doch super! ... 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 habe und muss denn vielleicht nehmt gleich den königs gemahlen beleidigt ist ja auch so witzig damals gab es ja auch hier dieses dieses purpur und purpur durfte halt nur die kaiserliche familie tragen sonst wurde man hingerichtet was gibt es eigentlich auch ja ein paar leute rede ich einfach zu stark bisher geschah egal ich würde sagen ich gucke mal auf die map was es so noch gibt und hier sieht es tatsächlich komplett leer aus kann es vielleicht sein dass ich jetzt hier du hast nicht mal zwei schilling nein wenn ich das und dann hier ich kann nicht zu jacob wechseln ich bin gerade in ja ok also es wird immer wieder so dass immer wieder sachen geben wo man nicht den anderen spielen kann gut aber dann würde ich trotzdem sagen was soll das alles hören wir hier mal auf und ich sage bis zum nächsten mal haute rein